Musik Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Judith Rakers. Guten Abend, herzlich willkommen, auch unsere Kamera und Sie zu Hause zu den Tagesthemen. Auch von mir einen schönen guten Abend. Es ist sicherlich eine der schlimmsten Situationen für Eltern. Ihr Kind ist krank und sie kommen nicht an Arzneimittel, um ihm zu helfen. Und ich rede hier nicht von irgendwelchen seltenen Krankheiten.